was geht ab von der nacht und herzlich willkommen zu einer neuen fetten runde von battlefield 1 im modus rush und wir spielen neue karte schauen wir mal was wir hier reißen können die runde scheint auch jetzt gerade zu beginnen aber wir müssen wir auf bereit die lobby ist leider nicht ganz voll wie ich sehe naja aber egal schauen wir mal ob wir das beste hier doch trotzdem rausholen können wird mich auf jeden fall freuen wenn ihr auch wieder zu portal last von sehr echt nice von euch und jetzt schauen wir die letzten 15 sekunden entgegen und damit sagen let's go der zähler zählt runter und jetzt werden wir munter auf der neuen karte wir müssen angreifen nice greifen wir doch gerne an so schauen wir mal was für eine lobby wir geraten sind ich habe davor die runde nur zwei sekunden spielen können ungefähr gefühlte zwei sekunden wahrscheinlich waren es drei einsatz die bertha platziert ok ich bin sicher mal b ok kann man knicken Artillerie ist am Start. Hinter mir. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe irgendwie da in der Wand gebackt. Verdammt. Wäre mehr drin gewesen. Sprengsatz an Einsatzziel Albert platziert. Jawollski. Aber wie wird wieder? Sprengsatz an Einsatzziel Werther entschärft. Wo ist denn mein Kollege hin? Wo ist der? Ah! Ah! Knüppel! Knüppel! Nein! Der hat nicht geknüppelt. Der hat nicht geknüppelt. Ich drück die ganze Zeit Knüppeltaste und dann macht er nichts. Wir haben Einsatzziel Albert ausgeschaltet. Ah! Fängt auf jeden Fall nice an hier auch für uns. Hier ist der Hilfe! Gas! Oh! Boah! Pirate! Er kommt! Er kommt! Wo sind die denn? Da im Haus war der drin. Ah! Kacke! Sorry! Mate! Warten wir mal kurz. Obwohl hier scheinen wir... Nein! Hier scheinen wir nicht sicher zu sein. Da auch nicht. Wo brauchen wir denn hin? Ach! Kacke! Alter! Ja! Warte doch eine Sekunde! Scheine frei zu sein da oben. Kannst du holen. Das kannst du auch holen. Warte! Bist du verletzt? Dich kann ich auch noch holen? Nein! Dich kann ich nicht mehr holen. Schade! Aber drei Stück konnten wir wiederholen. Das ist auch nicht verkehrt. An dieser Stelle, oder? So! Okay, was geht denn hier ab? Oh! Fuck! Kann er mich holen? Manchmal laufe ich auch einfach zu stürmisch rein, glaube ich. Ein bisschen mehr Taktgefühl. Dann dürfte ich auch den einen oder anderen Kähn mal entgehen. Oh! Der war gut! Oh! Der war noch besser! Ja! Der war noch besser! Ja, hier soll mich auf jeden Fall keiner holen. Mich hat auch eine Gasgranate geholt. Ich glaub's nicht. Und wie sind wir denn hier? Ja! Oh! 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 Kacke, Mann! Man sieht einfach mal gar nichts. Naja. Man sieht einfach mal gar nichts. Oh, sorry dafür. Da habe ich was vergessen auszuschalten. So. Alle negativen Geräusche weg. Ja. Wow! Für dich, Kamerad. Erste Hilfe. Ja, Mann. Erste Hilfe. Ersten haben wir. Hier. Links. Ach, da oben stand er. Danke. Oh. Alter. Boah. Oh. Wie haben wir das nur überlebt? Erste Hilfe. Er kommt. Er attackiert die neuen Einsatzeiten. Er ist in der Reale, Mann, in den Kurs. Er ist in der Reale. Wer ist in der Reale? Ja, wir spielen nicht so. Ich helfe dir. Erste Hilfe, nimm schon. Erste Hilfe, nimm schon. Äh, braucht einer mal ne Hilfe. Nein! Ach, du Kacke. Egal. Sind wir schön ins offene Messer gelaufen. Fein. B holen die zurück. Erhebt ja auch kein Campen. Ich hoffe, das Zeugnetz dort. Scheiße. Wir haben auf jeden Fall die Frontlinie entdeckt. Ist sie noch geflogen? Ne. Shit. Ich hab gedacht, die Granate wäre noch gekommen. Leider nicht. Wir haben auf jeden Fall das nächste Einsatzziel auch wieder down. Das ist echt nice. Auch wenn wir hier keine wirkliche Bereicherung des Teams sind. Boah, leck mich. Erste Hilfe, greif zu! Was ist mit dem los? Weg dich mal! Für dich, Kamerad! Erste Hilfe! Können wir durch oder macht ihr da noch Urlaub? Hm. Wenigstens noch welche zum Brennen gebracht. Aber kein Final Kill natürlich. Ey, ich krieg auch immer die Spawnpunkte, die am geilsten sind. Ehrlich. Leck mich da! Wie die da abhocken, ey. Die letzten Schimmler, ehrlich. Sprengsatz an Einsatzziel Albert platziert. Schau, Maschine! Der hat's uns aber gegeben. Wie schön sie auch einfach alle vor mir waren, war auch nice. Aufmerksamkeit! Ja, ja, ja. Fabrik und Zerorden, wenn wir hier nicht gewinnen. Okay, das war einer von uns. Kommi! Ich seh mir die Wunde mal an. Ich hab ein Problem. Kann ich mich wieder zusammenzütteln? Erste Hilfe, greif zu, Mann! Ich seh hier einfach gar nichts. Da. Die kam wieder zurück. Braucht jemand erste Hilfe? Ach, kacke! 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 Die sind da auf jeden Fall, haben sich gut eingeigelt. Die haben sich da richtig gut eingeigelt. Erste Hilfe, nehmt schon! Ach, Mann ey! Ich komme aber auch immer an Spawnpunkte, die echt zum Kotzen sind. Aber ich muss die nehmen. Alter, was hier geht, ne? Das ist echt der Hammer, ja. Wir haben verloren. Kurze, knackige Runde, aber wir haben verloren. Die konnten sich da viel zu gut einigen. Da hast du keine Chance, wenn die da so stehen. Dann machst du nix. Ist die drin? Scheiße, Gas! Oh, ich kann hier ein paar holen. Eins. Ey. Wie schnell sollte ich denn sein, bitte schön. Sprengsatz an Einsatzziel Albert platziert. Ich konnte noch nicht mal mehr schießen. Schade. Okay, liebe Leute. Das war es an dieser Stelle. Kurze, knackige Runde. Rush leider voll verloren, aber egal. Vielen lieben Dank auf jeden Fall wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Haut rein!